Jetzt neben mir Andrea, du bist zuständig für Sims 4 und Stefan, du bist für Battlefield Hardline da. Und ich muss jetzt gleich einmal in die Runde werfen, welches Spiel ist besser? Also da kann ich nur sagen, dass Hardline so ein bisschen die Nase natürlich vorne hat. Aber ich muss auch gestehen, ich mache klar die P-Arbeit für Battlefield, aber ich spiele Privat-Sims. Seit der ersten Stunde, ich habe Sims 1 gespielt, Sims 2, Sims 3 nicht mehr so viel aus beruflichen Gründen dann, weil mittlerweile älter geworden und einen Job bekommen und Sims 4 habe ich auch freudig schon angezuckt. Und du spielst jetzt privat Battlefield? Tatsächlich nicht, aber Dragon Age habe ich gespielt, ja und sehr gerne sogar, genau. Nein, also ich glaube es gibt gar kein besser oder schlechter, sondern es gibt eigentlich nur das Spiel zu dem Spieler. Also jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat andere Vorlieben und nichts schließt sich aus, wie Stefan zeigt. Man kann Shooter-Spieler sein, man kann aber auch Sims-Spieler sein und andersrum. Und ja, ich denke es geht einfach nach dem, was der Spieler eigentlich möchte. Ich wollte jetzt eine Partei ergreifen irgendwie, aber man könnte auch mit diesem Sims-Diadem dann zum Battlefield-Hardline-Stand gehen. Weil, so wie ich das mitbekommen habe, zum ersten Mal in Europa kann man das Spiel selber anspielen. Das war ja auf der Gamescom noch nicht möglich und zwar auch den Singleplayer-Modus. Genau, also Dragon Age ist zum ersten Mal anspielbar für Public-Leute, die vorbeikommen. Das ist für uns total aufregend, das hier in Wien anbieten zu können. Es sind ja auch noch sechs Wochen bis zum Release und am 20. November kommt das raus. Und man kann hier eine satte halbe Stunde anspielen und sich in der Welt von Teters vergnügen. Und wie gesagt, zum allerersten Mal richtiges Hands-On. Also lohnt sich zu kommen. Was gibt es von Battlefield zu spielen? Von Battlefield gibt es den Rescue-Modus, also der Geiselnehmer-Modus sozusagen. Man verkörpert bei Hardline ja, anders als noch bei den anderen Battlefield-Teilen, diesmal Polizei und Gangster. Und im Rescue-Modus sind die Parteien auch, also du kannst in der einen Runde bist du Polizist, in der nächsten Runde entsprechend Geiselnehmer. Und es geht darum, halt eben die Geisel zu befreien des Polizisten oder halt eben zu gucken, dass sie nicht befreit werden. Das ist ein spannender Modus, weil er ist auch zeitlich limitiert. Wenn du praktisch erschossen wirst, dann kannst du auch kein Respawn, du musst also aussetzen und warten. Und die Runde geht auch nur drei Minuten, also ein sehr schneller Modus. Was sind für dich persönlich die größten Unterschiede jetzt vom Battlefield Hardline zu den bisherigen Spielen? Also eindeutig das Setting. Das zieht sich sowohl durch den Singleplayer als auch im Multiplayer. Wir haben dieses Cops, Robbers und Criminals und im Singleplayer ist das ganz signifikant, weil der bisherige Einzspieler-Part von Battlefield 3 und 4 war ja im Military Setting. Man ist mit seiner Squad in ein Einsatzgebiet geflogen, hatte dort Bravo Echo Alpha, musste entsprechend die andere Armee attackieren. Und jetzt hast du hier halt eindeutig dieses Polizeisetting. Das Spielgefühl ist ein ganz anderes als Singleplayer. Man kann da wirklich von einem ganz anderen Spielgefühl reden. Und im Multiplayer hast du immer noch ganz eindeutig diese Battlefield-DNA. Die Klassen wird man sofort wiedererkennen, den Aufbau der Maps. Wir haben weitläufige Maps, wir haben auch ein paar kleine Maps und so weiter und so fort. Die DNA ist noch ganz spürbar mit den urbanen Zerstörungen, mit den weitläufigen Landschaften. Von daher finde ich, ist der Unterschied ganz eindeutig im Singleplayer signifikant, aber auch im Multiplayer, weil einfach, du spielst halt nicht mehr im Military Setting, sondern was so ein bisschen, uns allen so ein bisschen vielleicht näher ist, dieses Cops- und Räuber- und Gendarmengefühl. Und Battlefield hat ja immer schon seinen Fokus eher in Richtung Multiplayer gelegt. Kannst du was sagen darüber, wie lang die Einzelspielerkampagne von Hardline sein wird? Das kann ich so ein bisschen selber auch nur abschätzen. Also man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl dafür, wie lange auch generell normalerweise so ein First-Person-Shooter in der Einzelspielerkampagne ist. Überschreitet selten so die 10 Stunden und ungefähr da bewegen wir uns auch so. Interessanterweise, da werden wir in Zukunft auch noch viel darüber sprechen, weil gerade so Singleplayer in den Fokus rückt. Wir sprechen da ja auch nicht von Leveln, sondern von so Episoden, weil das Ganze ja auch so ein bisschen so im Serienformat geschnitten sein wird. Und dann wird man ungefähr so bei 10 Stunden landen, würde ich schätzen. Und wir haben ja bald einen anstehenden Geburtstag. Sims wird 15 Jahre alt. Was findest du, dass dieses Franchise so lang am Leben erhält und so lang frisch hält? Ich glaube, das Geheimnis der Sims liegt darin begründet, dass jeder so seinen Spielspaß darin definieren kann. Also es bietet für diejenigen, die gerne Geschichten erzählen, viele Möglichkeiten. Aber auch für diejenigen, die zum Beispiel gerne kreativ sind und Häuser erbauen oder die Sims gestalten. Also es spricht sehr unterschiedliche Spielergruppen an und natürlich auch für weibliche Fans, weil man hier auch keinen Leistungsdruck hat. Man hat keine Level, die man bestehen muss. Und das macht es viele oder attraktiv für sehr, sehr viele Spielergruppen. Und die gehen wirklich von jung bis alt, weiblich bis männlich, total egal. Also es ist wirklich eine der heterogensten Spielerschaften eigentlich. Und jetzt kann es sein, wenn man das Spiel ausprobieren möchte, aber es da nicht auf die Game City schafft, gibt es da auch eine Möglichkeit, das zu testen? Ganz genau. Also für die Sims 4 gibt es eine Demo. Das ist die Demo zur Ersteller 1-SIM und die kann man sich kostenlos downloaden auf origin.com und kann einfach mal austesten, wie sich der neue Ersteller 1-SIM-Modus anfühlt und anspielt. Was ich mir denke, was Sims-Spiele immer wieder interessant macht, ist die Tatsache, dass nach einiger Zeit wieder Erweiterungspacks und zusätzliche Features veröffentlicht werden. Kannst du uns da schon ein bisschen was sagen, was für 2015 vielleicht geplant ist? Zu Erweiterungspacks kann ich leider noch nichts sagen. Da gibt es keine News derzeit, aber wie man vielleicht schon der Presse entnehmen konnte, es gibt kostenlose Updates. Erst jetzt vor ein paar Tagen sind Geister für die Sims 4 erschienen und es geht weiter im November mit den beliebten Pools. Die kommen also und noch weitere interessante Features, worauf sich die Vereins freuen dürfen. Ist eine Konsolenversion auch geplant oder bleibt die Sims 4 exklusiv auf dem PC? Derzeit planen wir nur für den PC und wie die Studio-Chefin Rachel Franklin kürzlich im Blog bekannt gegeben hat, dürfen sich wohl auch bald die Mac-User auf News freuen. Das klingt ja noch was. Eine Sache hätte ich noch für Battlefield. Es gibt ja in der deutschen Version einen prominenten Sprecher, nämlich der Rapper Kollegah ist dabei. Wie passt das irgendwie zu dem Spiel oder wie waren die Reaktionen von Battlefield-Fans und so weiter auf das Casting? Also wir finden das passt super, weil ja Kollegah auch so dieses Bosshafte selbst so ein bisschen performt und ausdrückt. Und er spricht ja Multiplayer eben auch einen Gangster-Boss ein. Also wenn ihr Multiplayer dann eben die verschiedenen Einsätze spielt, dann ist es halt Kollegahs Stimme, die immer wieder in seiner typischen Ausdrucksweise halt eben sagt, Jungs holt die Kohle bei oder die Bullen kommen hauptlos ab und so weiter und so fort. Und das hat er halt genau in seinem Slang halt so intoniert. Und das war auch genau der Punkt, warum Kollegah dabei überhaupt mitgemacht hat. Er kannte die Marke, er ist selber ein Zocker, ist ja nicht einer, der sich sein Leben lang Battlefield gezockert hat, aber er gemeint, das passt, ich kenne das, ich weiß, es ist ein gutes Produkt. Und die Rolle, die er für mich gefunden hat, passt halt total. Und wir haben halt gemerkt, dass die Kollegah-Fans da auch völlig darauf angesprungen sind und das total cool finden. Und für uns auch spannend einfach, weil wir dann merken, dass Kollegah-Fans auf diese Art und Weise auf das Produkt aufmerksam werden. Und die Battlefield-Fans haben erstmal so ein bisschen die Stehen gerunzt, aber in dem Moment, wo sie halt merken, okay, das ist stimmlich, passt das und es macht Sinn von der Rolle, dann ist es auch authentisch und völlig in Ordnung. Cool, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und wünsche euch noch viel Spaß auf der GameCity. Wie hat es euch bis jetzt gefallen, wenn ich das noch anbringen darf? Also Wien ist eine super schöne Stadt und wir sind eigentlich ein bisschen traurig, dass wir immer hier drin eingeflecht sind und nicht so viel sehen. Andererseits ist die Location super schön und die Leute sind völlig entspannt. Es macht Spaß, hier mit den Gamern in Kontakt zu kommen. Also wir sind immer wieder gerne hier. Ich habe vorhin schon mal erzählt, Andrea und ich wechseln uns normalerweise ab, bei diesen Terminen hierher zu kommen, von Köln nach Wien. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir fahren zusammen, weil es echt eine schöne Sache ist. Das freut ganz besonders, dann sage ich danke für das Gespräch und danke fürs Zuschauen. Ciao! 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 Ciao!